Anstatt zu sagen, du hältst den Stift ja völlig falsch, versuche deinem Kind liebevoll zu zeigen, wie der Stift gehalten werden kann, dass es leichter ist zu schreiben. Du könntest zum Beispiel sagen, darf ich dir zeigen, wie du den Stift halten kannst, damit es leichter ist zu schreiben oder darf ich es dir mal vormachen. Denn dein Kind lernt dann an deinem liebevollen Vorbild und kann auch in diesem Moment besser annehmen, dass du ihm etwas beibringen möchtest. Es ist soweit und ich bin überglücklich, denn du kannst dich ab jetzt anmelden zu meiner Ausbildung zum zertifizierten, bindungsorientierten Elternberater oder zur Elternberaterin. Übe schon ganz bald deinen Traumberuf in der Selbstständigkeit aus und begleite Eltern, so wie ich das tagtäglich tue. Ich kann euch nur sagen, es ist eine absolute Herzensangelegenheit, so oft in Verbindung mit Menschen zu sein und Bedürfnis und Bindungsorientierung auf dieser Welt zu verbreiten. Ich freue mich riesig auf dich. Der Link zur Anmeldung zu meiner Ausbildung ist in der Bio. Ich freue mich nicht. Vielen Dank.